Die Aussicht ist schön auf dem Jungfraujoch, aber wir haben gerade ein Problem. Diejenige, die unsere Katze füttert, fällt aus und jetzt mussten wir einen Nachbarn organisieren, der aber keinen Schlüssel hat zu unserem Zuhause. Dadurch, dass unser Schloss ein Evolosmart ist, haben wir ihm jetzt einen virtuellen Schlüssel geschickt und ich warte gespannt auf seine Nachricht, ob er das geschafft hätte, jetzt zu kommen. Und das wird es gerade. Ja.